Musik Und dies ist der Vertrag für dein Lebenszeit. und beschreibe ihn mit deinem Traum in deinem Blut. Wir sehen uns wieder, wenn deine Zeit gekommen ist. Deine Zeit ist abgelaufen. Das kann nicht sein. Schau, das ist der Vertrag, den du bei deiner Geburt unterschrieben hast. Das scheint dann wohl so zu sein. Nun ist deine Zeit abgelaufen. Lass uns ein Stück gehen. Lass uns kurz dorthin setzen. Nun, was hast du mit deiner Zeit gemacht? Ich habe ein langes, erfülltes Leben geführt. Mit Höhen und Tiefen. Das ist gut. Nun gut, dann lass uns jetzt gehen. Sag, warum erscheint er den Menschen als schwarzer, gefährlicher Sensenmann? Das mache ich damit, die Lebenden ihre Zeit sinnvoll nutzen und liebevolle Spuren in den Herzen anderer Menschen hinterlassen. oder schonun unsů und viele Sparkle Schreiber werden. Untertitelung des ZDF, 2020